So, moin mal wieder. Hier ist wieder Gruntek. Wir spielen weiter Sproggie Wood, mittlerweile Part 3. Ich habe ja in einem letzten Video gefragt, ob ich jetzt einfach weiter die ganzen Sachen hier vorlesen soll, weil teilweise hier sehr, sehr viele Fake-Sachen oder ausgedachte Wörter eher in dem Spiel vorhanden sind. Weil eigentlich kein Sinn, sich die Sachen alle durchzulesen. Deswegen, ich werde sie lesen. Ich werde sie vielleicht nochmal kurz in Deutsch wiedergeben oder so, je nachdem, wie ich es mache. Mal gucken. Und ja, wenn ihr das doch irgendwie scheiße findet, dann sagt es einfach. So, wir machen jetzt weiter. So. So, unser Kumpel ist wieder da. Hat sich mit diesen Mushroom-Elders, also mit den Werten Ober-Vorsitzenden der Mushroom-Leuten getroffen. Ist wieder da. Und er freut sich, dass die Stadt am Wachsen ist. Und. Okay, und dann gibt es welche, die anscheinend meine Rasse, diese Clock-Heads, doof finden. Und wir müssen ihnen das Gegenteil beweisen. Jo. Okay, und dann gibt es beim großen Baum jetzt eine Diskussion. Und wir sollen da mal rüber eiern. Natürlich freundlich. Mhm. Gibt gar nicht so viele Level, ne, wenn ich das so sehe. Ähm. Bup, 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 bup. Und dann sind wir alle wieder Freunde. Optimal. Mach mal so. Gehen wir zum Big Tree. Nehmen wir mal den Thief, den wir eben freigeschaltet haben. Ähm. Jo. Hab nichts dabei, alles klar. Los geht's. Ja. Oh, direkt einen Scroll gekriegt. Wolltest du einfach mal direkt benutzen? Komm. What? Freund oder Feind? Was geht hier ab? Also ich glaube, das wird eine schnelle Runde. Äh. Tut mir leid. Okay. Vampir-Dagger. Den nehmen wir doch gern. So, und dann schleunigen wir mal das Ganze. Achso, level ab schon. Ich muss mal eben den SNES-Controller für das letzte Let's-Play mal abnehmen. Entschuldigung. So, place us an enemy, deal damage. Okay. Ähm. Mhm. Wir nehmen die Falle. Oh. Achso. Sparen wir uns. Sparen wir uns. Damage, den wir sonst kassieren würden. Oh. Shit. Das war doof. Hm. Okay, das war gut. Nein, das war nicht so gut. Obwohl doch, die Combo war in Ordnung. Ähm. Ähm. So. Dann gehen wir mal weiter. Wir nehmen jetzt den Juke. Äh. Sorry, dass das jetzt hier stört mit dem X und dem A. Ich hatte vorhin einen SNES-Controller angeschlossen. Obwohl, eigentlich kann ich ja mit ihm weiterspielen. Ich mach das jetzt einfach mal. So. Ne. Tatsächlich funktioniert richtig gut sogar. Äh. Left-Trigger. Left-Trigger funktioniert nicht. Ne. I'm sorry. Das macht ganz Sinn. Okay, machen wir weiter. Hm. Sehr schwer. Ich glaube, hier hätte ich jetzt ordentlich grinden können. Oh nein. Das ist so enemy in der Direktion. Ja auch. Ich da auch nicht. Aber ich würde den Schaden wohl jetzt kassieren müssen. Mann. Oh nice. Level up. Zwei sogar. Und dann nehme ich noch das Heiden Shadows. Oh. 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 Nicht so smart. Oh. Jetzt echt. Okay. Ja, easy. Schön HP getankt. Okay, das macht nichts. Oh, ich bin so Rhyb. Ah, es ist ein bisschen doof gelaufen gerade, glaube ich. Wieso spiele ich den wie so ein Idiot? Tut mir nochmal leid, okay, ich glaube ich bin in dieser Klasse auch nicht klar. So ein Set passt nicht zum Spielstil. Boah, kann es mal umfallen? Jetzt fische ich wieder den vollen Böller ab. Boah, das war gut. Ich muss mit dem Passiver spielen, das geht nicht anders. Achso, okay, das war mir da. Plötzlich ist keiner mehr da oder wie? Ist das ne Scheiße? Bei den Bogenschützen werde ich jetzt einfach weggerollt. Ah, komm. Ah. Okay, wenn das so läuft dann. Oh, 15 AP nehme ich. Ich bin ein echter Ninja. Okay. Ich bin schon wieder tot. Boah. So. Soll ich hier schon durch? Nein, wir sind noch nicht durch. Noch ein Schrein. Okay. So. Gehen wir mal in die nächste Stage. Okay. 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 So. So. Wir nehmen... Wir sind ein echter Ninja. Ja. Ich weiß nicht, ob das so smart von mir war. Okay. Okay. so. 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 This is star. Set hmm. And now. Oh, und ich laufe da rein. Report. Lucky coin, moral items you find in dungeon one time each year. Nice. So. Oh, geiles batch. So. Oh, nein. Den Viechern bin ich das letzte Mal gestorben. Oh, ja. Ich nehm den anderen. Der geht mir auf den Sack. So, den nehmen wir mal. Oh. So. So. Bitte. Noch mehr. So was von Robin Hood. Wie? Mehr habt ihr nicht zu bieten, ne? Oh. Äh. Wie? Ja, nice. OP-Action. Ah, die Rolle war gut. Replantation gegen Staminar. Jo, das machen wir. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Ich will das Label jetzt schaffen. Ich hab schon ordentlich Zeit verschwendet mit diesem Scheiß Thief. Okay. So, dann hab ich den zweimal. Okay. So. Ist doch gar nicht so schwer. Ja, nice. Das ist quasi das Upgrade, was wir gerade gekriegt haben. Okay. 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 Scheiße. Ich habe keine HP mehr. Ich habe keine HP mehr. Oh ja, nice. Ist das reiner Zufall, dass ich gerade nur Feuerkram kriege? Okay, das wollte ich haben. Oh, ich bin noch nicht mal vorgehalten. Oh nein. Oh ja. Oh nein. 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 In unser kleiner Geist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das waren Sie kriegen mit uns. Toll. Hulk worum? Ja genau, das ist ja nur ein hulg-schub. Ich glaube, du hast mit dem Vieh fertig, das niemals geschafft. Ich will die mal benutzen. Oh. Oh, das war meine eigene. Level up. Ich mache jetzt einfach mal folgendes. Ich grinde ganz viele Gegner. Oh, fuck. Oh, jetzt benutzen wir den hier. Oh, machen wir mal den. Oh, schwer war das nicht. Easy, 100%. Die Truhe auf. Easy Game. Gar nicht so schwer. Mit der richtigen Klasse. Ja, Sproggie, das hat nicht geklappt, du Pfeife. Ja, nur weil er einen beschissenen Schneider hat, mussten wir jetzt Krieg mit den Pilzen führen. Toll. Jetzt habe ich alle. Jetzt hat er Angst, dass die Pilze uns kaputt machen hier, wegen dem Krieg. Kein Problem. Oh, komm schon. Ich will mir das nicht nur anhören. So, wir gehen einkaufen. Das klappt jetzt eigentlich auch ganz gut mit dem Archer. Ich glaube, mit dem spiele ich jetzt auch das Spiel durch. Ja, nehmen wir erst mal den Bogen mit hier. Ähm. Ja, komm. Eine Map machen wir noch. So, jetzt dürfen wir in den Sumpf und die Frösche besuchen. Ah, Pfad. Ach, das sind so Teleportationsdinger jetzt die ganze Zeit. Oh, der Frosch hält voll viel aus. Ah, okay. Ich bin so rück. Ich weiß gar nicht, ob ich das hätte besser machen können. Ich muss aber noch mal. Aber hatte ich nicht den Bogen gekauft? Ich muss sie jetzt die ganze Zeit kaputt machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Rollen wir nach oben. Schießen. Rollen wir nach oben. Boah, wie viel von denen gibt es denn hier bitte? Wie darf ich diese Äste gar nicht mehr durchlaufen? Und spawnen nicht immer mehr. Also. Drecksviechern. Boah. War nicht so smart. Oh, komm. Ja, die nehmen wir jetzt so. Ja, die nehmen wir jetzt so. Den behalten wir. Spann dich doch mal. So. Jetzt nehmen wir mal die Sturmrüstung, die Blitze schießt. Ist das dein Ernst? Machen wir das mal anders. Sag mal, muss ich die beide gleichzeitig töten oder wie? Ah, das war meine Frust Rusto. Äh, Blitze Rusto. Oh, wow. Dead heating. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Boah, ich lasse jetzt einfach alle wegboorten. So. Mann, schieß doch. Was für eine Scheiße, die mit dem Controller. Was für eine Scheiße. So, jetzt haben wir den fetten Bogen. Was für eine Scheiße. Du, 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 du. Ich glaube, ich nehme den Ausgang. Ich kann das mal in diese komischen roten Viecher zu kämpfen. Okay. Okay. So. In 10 Jahren, dass ich sterbe. Wow. Danke, RNG. Was ist das für ein Ernst jetzt? Alter. Ich will gar kein Geld haben. Ich würde mich geben. Ich nehme die Gegenseitig. Ich nehme die Gegenseitig. Ich nehme die Gegenseitig kaputt. so ein feuerball junge ja archer sop report erst mal den herrn der schildkröten oder der frische kaputt gemacht aufgemacht ohne 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 macht ihr denn oh das ist geil 20 prozent chancen auf wiederbeleben i like nehme ich so jetzt habe ich ein bisschen mehr geld ich glaube ich kaufe mir diesen op-bogen die wollte ich easy blablabla blablabla ja zwei level geschafft ich habe gesehen es gibt irgendwie nur zehn oder so schade macht es ja doch schon spaß denke ein zwei folgen noch dann haben wir es durch an der stelle dankeschön fürs zusehen zusehen wollte ich sagen zusehen ciao